Zweite Halbzeit beim Bayern Liga Süd. Spielt sie gegen die Bayern Lonshut gegen SV Wacken-Barkhausen. Das steht 1 zu 3. Also 3 Tore Barkhausen, 1 Tor Lonshut. So, die geht gleich wieder drauf. Das war die Puttencheck. So, jetzt gleich nachlegen was weiß. Jawohl, der war drin. Das war jetzt gut. Das war gleich mal für Pause. Jetzt müssen wir das 4-1 machen. Direkt heran. Der Rest ist von Berger Tobi. Außer da war kurz vom Ton einer dran. Der Rest ist von der Mitte. Sonst wird der Rest ist von der Mitte immer gemütlich. Der Rest ist von der Mitte. Vor allem die clockischen baseball-recher der Barsch. Jetzt müssen wir die Petite. Das war die Verteilung der Barsch. Sie wurden dieия Heim. Der Bundesliga-recher-recher-recher. Dieen waren die Villers-recher-recher-recher-recher. Ich kann das nicht immer noch nicht unbedingt ohne Veränderungen. Alle reden jetzt von der Berlin-Pfels-recher-recher-recher-recher-recher-recher-recher-recher-recher-recher-recher. Lauf, lauf, lauf! Sieht gut! Sieht gut, ich bin froh! Sieht gut! Sieht gut so, ich weiß nicht. Sieht gut! Sieht gut, Sieht gut! Sieht gut? Sieht gut! Sieht gut! Komm! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 So, Anlauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja. 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 Bine! Vielen Dank. 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 Jetzt kommt Dampfen für Therese. Oh, Mathe. Vielen Dank. Good. 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 Das war's für heute. Nein, ich bin froh. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.